Audiokurs Anfänger Lektion 9 Hinter der Skihütte beginnt die beste Strecke. Endlich! Heute ist der 23. Januar und Philipp, Steffen und Michael fahren in die Berge. Sie wollen Skifahren. Hoffentlich liegt Schnee. Hopefully there is snow. But they are lucky. Sie haben Glück. Es hat in den Bergen geschneit. It has snowed in the mountains. Nothing is stopping them now. Jetzt hält sie nichts mehr auf. To stop somebody. Jemanden aufhalten. Nothing anymore. Nichts mehr. Now. Jetzt. Jetzt hält sie nichts mehr auf. Sie wollen gleich den Berg hinauffahren. They want to go up the mountains straight away. Michael kennt die Piste sehr gut. Michael knows the ski slope very well. Philipp doesn't know the ski slope at all. Philipp kennt die Piste überhaupt nicht. Er fragt Michael nach der besten Route. Er fragt Michael nach der besten Route. He asks Michael for the best route. Let's listen to their conversation. Hören wir ihr Gespräch. Before we listen to their conversation, here are the new words you will need to understand the dialogue. You will hear the English word or a short sentence. Then you will hear the German translation. Afterwards, you have a moment to say the German word or sentence yourself. After the pause, you will hear the German word or sentence once more. Here we go. Los geht's. We have arrived. Wir sind da. Wir sind da. Wonderful. Wunderbar. The sun is shining. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Crowded. Voll. Voll. Immediately. Gleich. Gleich. To go up the mountain. Auf den Berg fahren. Auf den Berg fahren. Do you have everything? Hast du alles? Hast du alles? Ski goggles. Die Skibrille. Die Skibrille. The ski goggles are lying under the car seat. Die Skibrille liegt unter dem Sitz. Die Skibrille liegt unter dem Sitz. I'm ready. Ich bin so weit. Ich bin so weit. The ski pass. The ski pass. A form of ticket. Der Skipass. Plural. Die Skipässe. Mit dem lift. Mit dem lift. Mit dem lift. A ski lodge with a caffé. Eine Skihütte mit einem caffé. Eine Skihütte mit einem caffé. Eine Skihütte mit einem caffé. Das ist genau das Richtige für mich. Das ist genau das Richtige für mich. Eigentlich. 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 Ich bin eigentlich nicht so gut im Skifahren. Ich bin eigentlich nicht so gut im Skifahren. Interjection that means something like come on or yeah, right Ach was Ach was You will see Du wirst sehen Du wirst sehen An amazing run Eine geniale Abfahrt Eine geniale Abfahrt The route begins behind the ski lodge. Hinter der Skihütte beginnt die Strecke. Hinter der Skihütte beginnt die Strecke. That's pretty steep. Das ist ganz schön steil. Das ist ganz schön steil. Didn't we want to eat something first? Wollten wir nicht erst etwas essen? Wollten wir nicht erst etwas essen? I would like to get going immediately. Ich möchte gleich losfahren. Ich möchte gleich losfahren. If you like said to two people Wenn ihr wollt Wenn ihr wollt We'll see each other at the bottom Wir sehen uns unten Wir sehen uns unten So, wir sind da. Wunderbar! Die Sonne scheint und es ist nicht so voll. Super! Fahren wir gleich auf den Berg? Ja, klar. Hast du alles? Ich glaube, ja. Moment. Wo ist meine Skibrille? Die Skibrille liegt unter dem Sitz. Ach, hier. Okay. Ich bin soweit. Gut. Steffen, kommst du? Ja. Los geht's. Hast du unsere Skipässe? Ja. Hier sind sie. Also, jetzt fahren wir erst mal mit dem Lift auf den Berg. Und dann? Auf dem Berg gibt es eine Skihütte mit einem Kaffee. Vielleicht essen wir da etwas. Und dann zeige ich euch die beste Strecke. Alle fahren dort sehr schnell. Und es gibt sehr viele steile Kurven. Das ist genau das Richtige für mich. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nicht so gut im Skifahren. Ach was! Du wirst sehen. Das ist eine geniale Abfahrt. Da sind wir schon. Wo ist denn deine Strecke, Michael? Also, siehst du die Skihütte da hinten? Wo ist sie denn? Ach ja, da hinten. Hinter der Skihütte beginnt die Strecke. Hm, das ist ganz schön steil, Steffen. Wollten wir nicht erst etwas essen? Eigentlich habe ich doch keinen Hunger. Und du, Michael? Nein. Ich möchte gleich losfahren. Ist das okay, Philipp? Okay. Wenn ihr wollt. Also, wir sehen uns unten. Ja. Na dann. Los! Oh dear! Will this end well? Ob das wohl gut ausgeht? Before we'll find out, let's take a quick look at some more grammar. This time, you'll learn how to say where something is and how to say where you are moving to. In both cases, we use prepositions in German. Actually, we use the same prepositions both when we're talking about moving in a specific direction and also when we're describing where something is. However, depending on whether we're talking about directions or locations, we have to use a different case. Too theoretical? Don't worry. It'll become clear once we've listened to some examples. Here are sentences from the dialogue. The first one tells us where something is located. Auf dem Berg gibt es eine Skihütte mit einem Kaffee. Where is the ski lodge? On the mountain. Auf dem Berg. The preposition used is auf and the case used is the Dativ. Auf dem Berg. The article dem is in the Dativ case. So, the rule is if you can ask the question where in German wo then you should use the Dativ case with the preposition. Here's another sentence from the dialogue. This time, it's about movement in a specific direction. Now we'll first go up the mountain with a ski lift. Where are they going to? They are taking the ski lift to go up the mountain. They're not on the mountain yet, but they are taking a ski lift moving up to the mountaintop. The preposition used is auf just like in the example before. But listen closely to the article following auf. Also, jetzt fahren wir erst mal mit dem Lift auf den Berg. Auf den Berg. That's the Akkusativ. Den Berg. So, the second rule is if you can ask the question where to in German wohin, then you should use the Akkusativ case with the preposition. Here are some more prepositions that work just like auf for describing movement and locations. First, you will hear the English translation and then the German preposition. Ready? Dann geht's los. in in next to neben under unter behind hinter Now, let's listen to some sentences using these prepositions. We will begin with sentences that describe where something is. So, you can ask the question where or in German wo. This means that we have to use which case. Right. The Dativ. Sit back and relax while you listen to the examples. You will hear the German sentence first and then the English translation. Auf dem Berg gibt es eine Skihütte. On the mountain there is a ski lodge. hinter der Skihütte beginnt die Strecke. The route begins behind the ski lodge. In der Skihütte trinken wir einen heißen Tee. In the ski lodge we'll drink a hot tea. Ich möchte neben dir Ski fahren. I would like to ski next to you. Die Skibrille liegt unter dem Sitz. The ski goggles are lying under the car seat. Now we'll listen to examples that describe a movement into a specific direction. So we can ask the question where to or in German wohin. Do you remember which case we have to use? Correct the Akkusativ. Again we'll hear the German sentence first and then the English translation. Wir fahren mit dem Lift auf den Berg. We're taking the ski lift up the mountain. Du fährst hinter die Skihütte und dann siehst du die Piste. You have to go behind the ski lodge and then you will see the ski slope. Steffen und Michael wollen nicht in das Café gehen. Steffen and Michael don't want to go to the Café. Komm neben mich. Komm next to me. Philipp legt seine Skibrille unter den Sitz. Philipp puts his ski goggles under the car seat. Now over to you. You will hear the beginning of a sentence and then a preposition followed by a noun. You have a moment to put the noun in the correct case. Remember use Dativ if you can ask where and Akkusativ if you can ask where to. Ready? Okay los geht's. Ich wohne in eine Wohnung. Meine Freundin wohnt in ein Haus. Meine Freundin wohnt in einem Haus. Wir fahren in die Berge. Wir fahren in die Berge. Die Skibrille liegt auf der Sitz. Die Skibrille liegt auf dem Sitz. Philipp legt seine Skibrille auf der Sitz. Philipp legt seine Skibrille auf den Sitz. Die Toiletten sind neben der Lift. Die Toiletten sind neben dem Lift. Die beste Strecke beginnt hinter der Skihütte. Die beste Strecke beginnt hinter der Skihütte. Sehr gut! Well done! Now let's see how Philipp has fared on the steep slope. Are you worried about him too? Listen to the next and final unit to find out what's happened to him. Okay. good night. I want to go. Listen to the next one. You will see us in the middle of the Mill's house. I want to go. Okay. I want to go.